Es gibt Sachen von einer anderen Person, die finde ich in der Mehrzahl viel, viel schlimmer als das, was ich gemacht habe für drei Sekunden. Was finde ich so schlimm? Ginny und die Manuel haben sich am ersten Abend auch geküsst und das war kein Problem. Ich habe mich geküsst. Was? Die rumgemacht? Ich habe mich im Bett geküsst. Echt jetzt? Ja, das ist nicht erzählt. Echt? Ja, wirklich. Ich dachte, Danilo weiß es. Das ist gerne. Er wusste es nicht. Gut. Ich hasse diese nicht so offene Kommunikation, das mache ich nicht. Direkt am ersten Tag. Am ersten Abend, ja. Sie hat doch am ersten Abend später geschlafen. Ja, genau. Da wollen wir schauen, ob sie nicht gibt es. Krass. Das ist flash mit mir gerade. Jetzt nach ein paar Tagen kriegt, was sie mit ihm rumgemacht hat. Es ist schwer für mich zu, zu, ja, so zu, einzuordnen.